Hallo und herzlich willkommen zu Stamp Your Dream. Schnappt euch einen Kaffee und wir gehen heute durch den neuen Jahreskatalog von heute an gültig bis zum 30. Juni nächsten Jahres. Inspiriere, kreiere und teile heißt der neue Katalog und ihr werdet echt ganz ganz super tolle neue Sachen finden auf über 240 Seiten. Aufgebaut ist er wie die letzten kleinen Kataloge, also immer so ein paar Bilder und dann praktisch auch die Stempelsätze und ähnliches. Was ich ganz gut finde ist hier das Übersichtsverzeichnis, zu welchen Themen ihr was finden könnt. Das ist ganz nett dargestellt. So und ihr habt ja eben schon ein paar Bilder gesehen von den neuen Stempelsets. Was ich total niedlich finde ist hier auch dieses Gelegenheit nach Grüße, das ist neu. Und auch dieses auf Seite 9, Nervennahrung, Lebe, Lache, Liebe. Es ist auch auf Englisch sehr nett. Ja, an White findet ihr immer hier so auf der Seite praktisch was man so nehmen kann. Also hier die passenden Framets zu, der Aufbau ist gleichgegeben, immer wie viele Stempel und ähnliches da sind. Diese Sets gibt es weiterhin. Also immer, dass man dann sagt okay 15% gibt es das günstiger bei manchen Sachen, wenn man die Framets dazu nimmt oder die Stanze. Das ist ganz praktisch und da findet ihr auf meiner Homepage auch eine Übersicht zu den Angeboten. Das verlinke ich unten im Beitrag. Neu ist es auch, dass hier wie hier zum Beispiel diese Schachtel, dass es für E-Cutters, also diese Formschnittmaschinen wie die Cameo oder eben ähnliche Maschinen, es Vorlagen im My Digital Studio gibt. Die gibt es dann hier zum Download auch und ja, finde ich ganz cool. Habe leider nur noch keinen E-Cutter. Also da kann ich es tatsächlich noch nicht ausprobieren. Muss ich mal irgendwann genießen. Meine Top Ten zeige ich euch auch. Super cool finde ich diese Übersicht auf Seite 15 mit den Schleifen. Und da gibt es von Stampin' Up tatsächlich auch ein Video zu, wie man diese Schleifen oder ja, also zum Beispiel diese Schleife hier, wie man die macht. Diese Pompons oder wie sich das nennt. Und auch dieses hier, das verlinke ich dann die Tage auch auf meinem Blog. Ist auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Wie gesagt, die ganzen 15% Aktionen, die gibt es auf jeden Fall auf meiner Homepage www.stampiedream.de. Einfach mal anklicken auf Angebote. Da habt ihr das in der Übersicht. Die Stempel sind aus Seite 17. Für Leib und Seele gehört absolut zu meinem Top Ten. Absoluter Favorit. Habe ich schon, ist der Knaller. Ich finde für jede Gelegenheit nutzbar. Insofern, wenn man jetzt ja irgendwie was backt oder was macht. Oder es gibt ja immer irgendwas, was man vielleicht mal mitnimmt. Ein Must Have. Hier oben seht ihr die Hamburger Box. Habt ihr bestimmt schon gehört oder gesehen. Die ist relativ klein. Aber ich habe auch schon Tutorial gesehen, wie man die etwas größer darstellt. So als, ja, ein bisschen länglich. Ist ganz niedlich. Dann haben wir ein absolutes Must Have. Ist auf Seite 20. Auch in meinen Top Ten. Eins für alles. Hammer. Endlich einmal zur Silberhochzeit dabei. Dann haben wir zu Taufe, Segenswünsche, zur Kommunion. Dann Hello and I Love. Und irgendwo hatten wir auch noch zur Konfirmation. Also ein absolutes Must Have für jeden. Weil vielfältig einsetzbar. Besser geht nicht. Ja. Gehen wir mal weiter durch. Hier haben wir diese ganz neuen Sachen. Wie Project Life. Project Life bei Stampin' Up. Also wer es noch nicht gehört hat. Beggy Higgins hat sich zusammengetan. Das hier unten ist Beggy Higgins. Seite 24. Da. mit Stampin' Up. Und das ist ein Scrapbook System für denjenigen, der schnell mal eben ein paar Bilder irgendwo hübsch zusammensortieren will, sag ich mal. Hammer. Absoluter Fan. Must Have. Sprich meine Top Ten. Wird ihr viel von mir sehen. Und absolut genial. Hier seht ihr dann irgendwie immer die Übersicht, was man noch so haben kann. Dazu relativ viel. Ja. Dann gibt es spezielle Stempelsets zu dem Project Life. Und ganz neu ist eben auch die Klarsicht Variante. Das heißt, in dieser Klarsicht Variante habt ihr, die sehen dann so aus. Habt ihr bestimmt schon irgendwo. So sehen die aus. Bestimmt schon irgendwo gesehen. Ja. Werde ich euch dann auch demnächst mal zeigen. Gibt es gewisse Vorteile. Indem ihr dann das Two Step Stamping auch besser nutzen könnt. Ja. Was findet ihr in dem neuen Katalog? Ihr findet unheimlich viel Alphabete. Also in jeglicher Form, jeglicher Größe, jeglichem Design. Und ihr findet auch ganz viel diese Borders, diese Linien. Findet ihr ganz viel in dem Katalog. Ja. Dann. Das hier zum Beispiel ist auch sehr hübsch. Das Stempelset. Das habt ihr vielleicht auch schon mal hier oder da gesehen. Kommen wir mal zur nächsten Must Have Sache. Ich blätter den einfach wirklich mal mit euch durch. Ein bisschen schneller zwar. Aber ja. Das sind also auch ganz tolle Bastelideen wieder dabei. Das Stempelset hier zum Beispiel. Und dann dazu hier diese Ideen. Also es ist echt richtig cool. Ich blätter jetzt nicht jede einzelne Seite mit euch durch. Aber hier zum Beispiel noch ganz toll zum Thema Hochzeit dann auch. Mit My Digital Studio kann man dann halt sich auch Einladungskarten und ähnliches runterladen. Das seht ihr auf Seite 61 ganz toll. Ja. Wer noch nicht mit My Digital Studio arbeitet, das kann man natürlich echt super gut als Ergänzung für die Gestaltung von Innenkarten oder sowas auch nutzen. Diese Accessory Sachen, also was man so an Zubehör hat, das findet ihr auch immer nochmal hinten. Aber ist immer auch hier unter den jeweiligen Projekten halt drin. So. Ich sagte ja, ich gehe nicht jede Seite mit euch durch. So. Aber, nicht jede Seite, aber Seite 68 Must Have. Einer meiner Top Ten. Großes Glück. Finde ich bald in Englisch noch ein bisschen besser. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das habe ich auch noch nicht bestellt, aber ich finde es total super. Und einer meiner Top Ten. Karten gesehen vielleicht. Eben in meinem Vorsprung auch schon ein, zwei Sachen. Das Set ist der Knaller. 15% gespart. Die Framelits dazu. Ein Stempelset mit 12 Stempeln. Viel einsetzbar durch dieses, durch den Schlips vielleicht auch mal. Nicht unbedingt für Kinder. Kann man auch jedes Ente oder so, kann man auch für den ersten Geburtstag nehmen. Absolutes Must Have. Top Ten. Die Stempel hier sind auch super toll. Auch mit den Framelits kombinierbar. Gerade hier so schön mit Glitzerpapier. Da gibt es auch ganz viele neue. Einfach mal gucken. Das ist jetzt auf Seite 93. Für die Sportavisierten auf der Seite 92. Auch als Set bestellbar. Geht auf die Aktionen, Angebote auf meiner Homepage. Da seht ihr das. Ja. Auch mal ganz nett. Kann man auch diese kleinen, wie nennt man das? Zöpfe. Kann man dann als weibliche Darstellung nehmen. Auch das hier, das gibt es auch als Set. Also daher einfach mal gucken. Neu ist, Wohnträume. Also hier sind ganz viele Ideen, was man in den Wohnaccessoires nutzen kann. Oder wie man was umsetzen kann. Hier auch zum Beispiel so ein Klarsichtstempelset mit Buchstaben oder eben auch hier die Kissen. Mal was ganz anderes. Nette Ideen dabei. Muss ich mal rausprobieren. So. Hier sind wir so auf Seite 122 bei den Trust God. Das ist ja ein altes Stempel. Aber auf Seite 123 finden wir jetzt auch, und ich finde das ist natürlich auch schön nett, von Konfirmation, Kommunion, Segenswünsche, Hochzeiten, was auch immer. Eins mit ganz tollen Kreuzen. Also ich sag mal das hier mit den Blumen ein bisschen Flower Power mäßig. Aber das ist definitiv ein Stempelset, was unter meine Top Ten kommt. Gesegnet heißt das Ganze. Gibt's in Transparent halt in Deutsch, in Englisch und Französisch natürlich. In Englisch auch in Holz. Aber Must Have gehört zu meinen Top Ten. Hammer. Seite 134 haben wir ja auch schon nochmal so ein Spartat mit dem Thin Neat form Beanstalk. Und dazu diese süßen kleinen 15 Stempel. Hammer. Also kann man einfach nur super kombinieren mit ganz vielen Sachen. Ich und du, wow, lecker lecker für dich. Also must have top ten. Das gehört auch nicht zu meinen top ten. Ich muss es mir nochmal genauer angucken insofern. Aber ich finde es super toll. Dieses riesen Thank you auf Seite 148. Also diesen Stempel alleine finde ich total klasse. Und ja, also wenn man das sich hier mal anschaut. Also hat schon eine Wirkung. In Deutsch kann man natürlich auch hier dieses 1000 Dank nehmen. Das ist übernommen auch aus dem alten Katalog schon drin gewesen. Auf Seite 150. Aber so ein Dankeschön kann man jedem mal irgendwo mitgeben. Hier kommen wir zu einem 15% Set Framelits und Stempelset. Und da ist auch ein Video direkt von Stampin' Up drin. Wie man dieses Two-Step-Stamping mit diesen Klarsichtstempeln besser nutzen kann. Das werde ich auch demnächst mal verlinken. Und eines der, sag ich mal, wenn man auf Blumen steht, must have. Neue Blumen. Beautiful Bunch. Gibt es auch auf Seite 158. Finde ich total hübsch. Ich bin ja so ein Blumen-Fan. Und gibt es auch eine neue Punch für. Und ja, ich liebe Blumen. Und wenn man es sich so anschaut, hat schon was. Sehr schön. So, über dieses Stempelset lässt sich, ja, ich glaube, geteilter Meinung sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und ich werde es aber ausprobieren, weil ich, weiß nicht, ich finde es irgendwie total reizvoll. Ist auf Seite 160. Heißt What's Your Type. Und ist im Endeffekt ein Stempelset, was man nutzen kann, um auch internationale Buchstaben, also sprich unsere Umlaute Ä, Ü und so weiter darzustellen durch die Punkte. Aber es ist nicht nur eines der größten Alphabetdarstellungen, sondern man kann es natürlich auch super gut für Hintergründe nutzen, indem ich einfach kombiniere oder auch dieses Two-Step-Stamping nutze. Mit 23 Stempeln, Klarsicht, eines der neuesten, ja, ich weiß halt nicht, geteilten Meinungen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin ganz gespannt. So. Und das I Must Have meiner Top Ten, dieses Jahr Work of Arts, habe ich, ist der Knaller. Also ich liebe es. Es ist der absolute Wahnsinn. Man kann so viel mit kombinieren. Das werdet ihr ganz, 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 ganz viel sehen. Also, Hammer. Fehlen mir die Worte, ist echt total der Knaller. Und wenn man schon gorgeous Grunge hat, ist übrigens auch seit 165 beides, die Kombination einfach unglaublich. So. Was ganz neu ist, sind ja diese Stampin' Up Mix, ähm, wie heißen sie? Stampin' Up Mix Marker, Blendables. Hier ist das auch ganz gut erklärt, wie man das macht. Werde ich auch mal ein Tutorial darüber machen. Und, ähm, gibt's auch schon ganz viele bei YouTube. Äh, ich hab noch eine Idee, wie ich das eventuell anders nutzen könnte. Aber ich finde, es, ähm, ist halt einfach echt vielfältig einsetzbar. Dafür haben wir dann auch recht viel, hier auf Seite 167 startend, ähm, die man, Sachen, die man ausmalen kann. Ähm, ich liebe diese Blume, die muss ich auf jeden Fall haben. Ach, heute kann man bestellen. Ja, yeah. Ja, hier kommen jetzt die ganzen Sachen, die man so kolorieren kann. Und für mich ein weiteres Must-Have. Unglaublich. Ich liebe diesen Peacock. Also diesen, diesen Pfau, der ist, ist, ach, Hammer. Den muss ich unbedingt haben. So, alles zum Kolorieren. So, und dann kommen wir hier zu den Hintergrundstempeln. Mein absolutes Must-Have ist der Corner Garden Hintergrundstempel. Finde ich total toll und lässt sich bestimmt super kombinieren. Werdet ihr bestimmt auch sehen demnächst. So, und dann kommen wir auch schon zu den Farben. Und damit zu den neuen In-Colors. Die neuen In-Colors haben wir hier in der Übersicht. Die, ähm, ich kann sie mir immer nur auf Englisch merken, warte mal. Äh, Brombeermus, Honiggelb, Lagunenblau, Waldmus und Orangentraum. Und, ähm, besonders angetan hat es mir von den, äh, Waldmus, Lagunenblau und das Brombeermus. Die drei Farben in Kombination. Ah, das ist... Ah, toll. Habt ihr in den Karten vorne auch schon gesehen. Ja, die Farben, da hat sich sonst nichts weiter geändert. Außer, dass der Preis bei den In-Colors falsch ist. Also ihr könnt das Z, ihr könnt das Z hier auf Seite 179 nicht für 61,95, sondern für 36,95 erwerben. Ne, dann habt ihr einmal das A4-Paket mit 20 Bögen und einmal die, ähm, fünf Farben. Das ist falsch ausgezeichnet hier. So, und das Designerpapier. Das Designerpapier ist so hübsch. Also, äh, aufhört ihr die Blöcke diesmal direkt im Hauptkatalog mit drin. Und das sind schon schöne Farben. So, und dann kommen wir auch schon nochmal zu Project Life. Ab Seite 188 findet ihr alles, was zu Project Life ist. Und dann gibt es so Kartenkollektionen, was man da eben reinmachen kann. Und das werde ich euch dann demnächst mal zeigen, wie das genau funktioniert. Wissenwert gibt es weiter. So, und das auch ein absolutes Must-Have für mich, den Alphabet-Stempel. Der, ähm, ja, man kann halt praktische Wörter direkt, ähm, reinschreiben. Mit ein paar Sonderzeichen dabei. Ähm, ja, super cool. Absolut. Dann gibt es den sandfarbenen Karton neu hier, auf Seite 192. Ich glaube, der ist recht vielfältig. Den werde ich mir auch mal genauer angucken. So, neues Glitzerpapier. Neue Umschläge hier, auf Seite 194. Das Punchboard jetzt endlich hier drin. So, und das finde ich auch total den Knaller. Auf Seite 196. Kartensets für Anfänger oder halt auch für jemanden, wo es mal schnell gehen soll. Genauso wie auf Seite 197. Einfach so ein Set. Das ist schon schön. Und ja, yeah, es gibt neue, äh, neue Keksstempel. Ich mag ja total gerne backen auch. Und, ähm, ich mag diese Keksstempel Hammer. Die sind nicht so wie vielleicht manch anderer, den es auch gibt am Markt. Ähm, die sind einfach echt klasse und backen nicht rum. Daher freue ich mich total auf die neuen Keksstempel. Yeah! Diesen Set gab es letztes Jahr schon, ich glaube in einem Occasion-Catalog. Und, ähm, das finde ich total witzig mit dem. Das kann man mit Kreide bemalbar. Ist auch ein Stück Kreide dabei in dem Set. Und, ja, natürlich ist es mal irgendwie wieder neu machbar. Und, ähm, man hat eine Kette und kann die frei variieren. Must have. Genauso wie hier auf Seite 205. Diese Schablon mit den Herzen und den Sternchen. Total viel, ähm, einsetzbar. Von dem, äh, Flinkfix Spezialklebeband. Fast-Field heißt es im Englischen. Ähm, auf Seite 204. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Hab ich es noch nicht ausprobiert. Ähm, werde ich aber demnächst mal machen. Die Bände, Hammer, super toll. Und dann kommen wir hier auch schon zu den Blendebolts nochmal. Auf Seite 212. Und Embossing-Powder. Und dann die Werkzeuge. Da hat sich nicht viel geändert. Die Stanzen. Da ist eine Stanze noch, die ich euch noch zeigen möchte. Und zwar hier auf Seite 222. Die kleinen Herzen. Total süß. Und da gibt es ja auch diese Flower Punch, wie gesagt, neu. Und bei der Dickshot ganz viele neue Sachen auch dabei. Unter anderem mein Must-Have, Seite 228. Das, äh, eindruckende Buchstaben. Das muss ich unbedingt haben, weil ich damit dann auch Buchstaben in einen Text machen kann. So, und hier haben wir die ganzen Framels. Den Schnurrbart, finde ich ganz witzig. Nicht so ganz meins, aber vielleicht will einer anderen. So, und dann haben wir hier einmal diese Blumen. Bix Blumen allerlei. Das ist komplett neu und alles gut kombinierbar. Und auch diese Party-Fähnchen finde ich ganz niedlich. Und hier haben wir auf der Seite, Seite 233, die Hamburger Box und die Fritten Box. Die sind auch beide neu. Auch total witzig irgendwie. Ja, das war's dann auch schon. Die kommen wir zu gutem Letzt noch zu den Gastgeberin-Sets. Ähm, und die liebe ich. Also, vor allem dies hier hat's mir angetan. Dieses hier. Dieses Hello Love auf Seite 239. Hihi, das finde ich super süß. Und auch das auf Seite 240. Das heißt, wenn ihr eine Party ausrichtet, oder wenn ihr eine Bestellung auf 200 Euro bei mir aufgebt, habt ihr die Möglichkeit, euch diese Sets mitzubestellen. Und den Katalog könnt ihr bei mir für 5,95 Euro inklusive Porto erwerben. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.